was geht ab meine lieben freunde und herzlich willkommen world's finest gamer am start und in diesem video habe ich zwei coole bmx glitches für euch da in den letzten tagen mich einige von euch angeschrieben haben ob ich nicht mal ein paar glitches für fahrräder hochladen kann habe ich mir jetzt gedacht mache ich das ganze einfach mal heute in diesem video aber ich würde sagen lasst uns nicht groß drum herum reden lasst uns direkt mit dem ersten glitsch anfangen der erste glitsch in diesem video ist ein glitsch wie ihr fahrräder in euer motorrad clubhouse bekommen könnt zunächst einmal braucht ihr für diesen glitsch ein fahrrad auf einem auto stellplatz wenn ihr jetzt noch keines habt oder ihr nicht wisst wie das ganze funktioniert verlinke ich euch unten in der video beschreibung mal ein video dazu als nächstes braucht ihr dieses fahrrad in einer vollen 6er oder in einer vollen zweier garage danach braucht ihr in eurem motorrad clubhouse einen fahrgüroller auf dem zehnten stellplatz und ihr braucht ganz kurz die hilfe von einem freund der ganz einfach in eurem motorrad clubhouse drinne chillt fahrt nun mit dem fahrgüroller nach draußen und fahrt mit diesem zu eurer 6er oder zu eurer zweier garage bestätigt nun noch die meldung dass ihr ein fahrzeug austauschen wollt da die garage ja voll ist und sobald ihr jetzt in der garage drin seid setzt ihr den roller auf das fahrrad nun müsst ihr einfach wieder zurück zum motorrad clubhouse fahren und wenn ihr dort jetzt reingeht werdet ihr merken dass ihr jetzt dort ein fahrrad drin stehen habt und für alle die jetzt fragt was mit dem teleport glitsch los ist da kommt die tage ein neuer teleport glitsch da der alte gestern gepatcht wurde glitsch nummer zwei ist ein kleiner aber lustiger glitsch gegen langeweile in gta online und zwar könnt ihr mit diesem glitsch mit einem fahrrad in eurem motorrad clubhouse rumfahren dafür braucht ihr zunächst einmal ein fahrrad in eurem motorrad clubhouse und dieses sollte sich auf dem zehnten stellplatz befinden auf den anderen stellplätzen klappt der glitsch leider nicht immer und von daher empfehle ich euch einfach den zehnten stellplatz geht nun zum blauen punkt in eurem motorrad clubhouse und tauscht das fahrrad einmal gegen ein anderes fahrzeug aus und wenn ihr das gemacht hat tauscht ihr das ganze einfach wieder zurück habt ihr das jetzt gemacht verlasst ihr ganz einfach wieder das menü vom blauen kreis und geht wieder zurück zu eurem fahrrad nun müsst ihr nur noch auf euer fahrrad aufsteigen und ihr könnt mit der x taste durch eurem motorrad clubhouse rumfahren ich feiere diesen glitsch einfach nur er mag zwar für den einen unnötig sein aber glaubt mir das ganze macht echt viel spaß aber nun gut leute ich bin auf jeden fall jetzt an dieser stelle einfach mal raus ihr wisst was zu tun ist fahrt den like button mal so richtig mit eurem fahrrad um und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video wieder bis dahin macht's gut bleibt gesund haut da rein und ciao bis dahin macht's gut